ich bin ich brauchst immerhin so wie du es haben willst du so wie du es brauchst warum wird es effizienter ist und alles da brauchst nämlich alles gleich in die richtung rüber weil es jeweils zwei pulverweißen zwei dinge sind du verstehen ich weiß schon was du meinst dann noch irgendwas drinnen ja da ist polverweißleet drinnen da ist alles voll da kommt das erste mal raus nein da kommt keine energy cell hin äh du hast dann ein kabel hingesetzt ja ich war heiß ich will es nur sagen weg da ist drin da ist drin nein da ist drin nein da ist drin nein da ist drin nein meins 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 du brauchst nicht so viel kohle per die du brauchst nicht so viel kohle bitte nicht die 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 läuft nicht mehr was läuft nicht mehr die da unten der dynamo ja weil alles voll ist das ist ja voll da ist voll grüßes pulverweißer 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 warte 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 nein 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 pulverweißer redstone firmness pulverweißer redstone firmness wir haben gerade bwl personalgesellschaften nicht mal tolle das nicht gut oder es geht jetzt alles über ogs und über kages und gmbh und so einen ganzen scheiß trick will schon in das für uns melde nicht auf der andere seite packen dass man den unterscheiden kann oder die kammer unterscheiden und das du meinst du meinst auf die andere seite darüber aber dann hat er keine energie er passt ich brauche schon die zellen gehen ja schnell ich bin nicht ordentlich redstone redstone und litro aber da haben jetzt ein bisschen energie verschwindet mein gott schon konfiguriert alle richtig oder ja weil beim von es wird es ja eigentlich auch weiterleiten dann noch oder er macht aber nicht so hier nichts mehr da ist ganz sie dann eigentlich so machen dann da leer machen kiste machen und wir fühlen sie mit transportpipes ich habe jetzt bei jedem von nazi eigentlich nach einfach nach rechts ausgemacht und ja ist eigentlich egal weil je nach dem fern ist nicht mehr weiter geht so schlosses system schon wenn irgendwas von fern ist nicht brennen was das geht nicht hier beim ersten als aluminium ohr kannst du da nicht jetzt kannst du ein kurzer nicht schmelzen was denn ist das glaube ich nicht auf seinen anderen wie weiß ich nicht gott wie ging mir jetzt noch mal um doch mit glas wenn ich wenn ich copper pulverweise kriegt auch gold raus 0 k aber nur manchmal und unterschiede zykken gerade das könnte oft passieren dass manchen sachen was was rausbekommst freundlich nur sagen unerwartet ist oder so bleibt bleibt sind die kabel unendlich lang oder was wir haben die unendlich lange leitung das kommt jetzt mal da rein aber ich hasse es wenn mein inventar zu gemüllt ist einfach liebst alles nur in die kiste packen dann war es das ein bisschen ordnung muss auch schon sein ein bisschen ordnung muss auch schon sein da kann ein silber ohr rein da kann ein iron ohr rein und jetzt haben wir ja schon ein bisschen erweitert muss man ja sagen ja so 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 Ja, nice, oder? Äh, 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 hilft alles. Ja. Oh, mein Gott, bin ich jetzt voll idiot. Ich will gerade das Pulver noch im Pulver-Racer stecken. Pfff. Nein! Ja. Was? Neville? Egal. Äh, wir haben nur noch drei Redstone? Ne, ich hab da was im Inventar. Also. Ich hab da nur noch 40 drin, was soll ich noch was haben? Sicher, sicher die Frage, wir haben fünf jemanden. Äh, Redstone. Ja. Warte, den Industrial Smellter brauchen wir ja furcht mal nicht, oder? Nö, das ist ja nicht, hier kann man eigentlich von, von Ding aus ausschließen. Weißt du, weißt du wie die Einheit heißt, dieses RF, oder soll man einen eigenen Namen geben? Was? Ja, dieses, diese Energie ist ja RF. Die Energie ist RF, glaub ich. Ja, genau, weißt du wie, was das heißt, ausgesprochen, oder? Real Function, keine Ahnung. Sollen wir dem einfach jetzt einen Namen geben, was wir uns ausdenken? Keine Ahnung. Äh, was hast du da hinten gemacht? Aber einfach so, damit man es dann später so runterhauen kann. Für faule Leute und so. Hä, warum machst du das jetzt nicht gleich? Weil ich das so will. Aber ich nicht. Egal. Ich will das Gesetz. Und Ende. Da, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Kann ein Zombie hochkommen. Hört auch nicht. Ähm. So. Was heißt eigentlich, wenn die ganzen Rubber machen, weißt du das? Kabel, oder? Ja gut, aber wir brauchen sonst keine Kabel mehr von Rubber. Ach, das ist kein... Das ist ja nicht Tech-It-Light, gell? Hm, nö. Hm. So, normales Tech-It. Ich brauche Fackeln. Wird nicht so dunkel. Hauptsache, da hinten noch eine hinsetzt. Kann der Monster-Sport nennen. Es ist Nacht, lass mal schlafen gehen. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir auch gleich die Aufnahme beenden. Wir haben jetzt ja schon einiges geschafft. Ja. Überleg, was wir das letzte Mal gemacht haben. Gemeint? Oh, da bin ich da runtergekommen. Jetzt ist ja die Frage, vielleicht... Ja, wohl, gleich nächstes Mal umziehen. Ich schaue. Vielleicht hier noch ein bisschen Rubber bei mir abfahren. ELEGT. Ach, genau, deshalb gehe ich da jetzt nicht hin. Bei dir hast du hier wirklich noch ein Holz stehen lassen. Wo? Ah, ist egal. Was ist eigentlich, wenn wir... Ach, komm, das machen wir jetzt kurz. Kann man die Leute... Was ist eine Vielen Dank.